Hallo ihr Früchtchen und willkommen zu einer weiteren Folge in die Körbchen. Heute spielen wir ein Spiel namens Blood Dungeon. Es ist ein kleines Flash Game und ich habe schon alles gestartet. Welch ein Wunder, dass ich mal alles vorbereitet habe. Und ja, ich starte verdrückt. Was denn jetzt? Was ist denn da? Hä? Okay, ich habe gerade alles geschrottet. So, aber jetzt starte ich in die Aufnahme und ich hoffe es passt. So. Und ja, New Game. Achso, nein. Da, New Game. So. YOLO Mode. Ich würde mal sagen, wir machen den normalen Mode. Ich habe gesehen, es ist so ein bisschen wie... Äh, ja. I'm in. Hoppala. Ich mache so. Ich muss mal die Maus da ein bisschen weggeben. Warum kann ich... Warum geht das hier nicht? So. Kann ich das irgendwie kaputt machen? Nein. Ich hätte gern gewusst, wie man steuert. Hm. What the fuck? Okay, ich kann nicht wieder zurück. Hä? Oh, Mann. So. Okay, also ich kann die anscheinend nicht kaputt machen. So, damit hätten wir mal das Erste. Und das ist der Zweite. Okay. So. Muss ich da rein? Ah, okay. Ich dachte eigentlich, es kommt irgendwie ein Endgegner oder so. Okay. So. So. Oh Alter Fuck you Alter Haha loser Fuck you Hey fat Biatch Oh Fuck you Ah! Wooh! Oh! Oh! Fuck! Alter! Wenn man nicht nur 10 Sekunden Zeit hätte! Alter! Ich hab doch nichts gemacht! Was passiert, wenn ich 10 Sekunden warte? Scheißleck! Alter! Fuck you! Alter, ich komm nicht bei den ersten... ...komm ich ja schon vorbei! Was ist denn das auch für ne Scheiß-Hitbox? Oh! Was soll denn das gehen? Fick dich! Oh! Woah! Oh! Oh! Dammit! Oh! 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 Warum ging es doch auch? Warum ging das gerade? Warum ging das gerade? zu erwarten gehen warten gehen gehen f*** dich doch Oh! Ha! Warte! 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 Warum gehst du nicht drauf, du Bastard? Ey, die Steuerung! Warte! Ah! Warte! Ähh! Geh doch drauf, du Bastard! Echt. Wow, die Pfeile. Oh, scheiße. Ja. Ja, wenn er das nehmen würde, wenn ich ihn antippe. Ja, komm. Fick dich, du dumme Armbrust. Wenn wir nicht bei jeder Drecksecke hängen. Ja. 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 WTF? WTF? Ach Gott WTF? WTF? Irgendwie rutscht er weiter Uah, Eis Scheiß Eis Was ist denn? Ah So schnell wird man doch nicht auf Eis Fick dich Aaaaah Das ist doch so einfach Oh Oh Mann Okay Oh Mann Oh Mann Hm Ah Oh Oh dammit So kurz davor Oh 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 was? Ach ja, der kommt ja wieder zurück Was ist das? Was ist das? Vollbälle Oh Fick dich Du dumme Ballmaschine Was? Wow 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 Ah ich bin Ah 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 Alter Oh 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 Nicht schon wieder Eis Ich Ich möchte gleich so Ich möchte gleich so Geht das nicht, dass ich so Oh Geht anscheinend nicht Fick dich du dumme Wand Ach Gott Okay Nein Nein Wie soll sich denn das ausgehen, dass man da bei allen dreien vorbeikommt? Das geht sich nicht aus. Oh Alter, ja, man hört mich nicht viel reden, wurde mir gesagt, gut. Ey, das ist so lächerlich. Ey, das ist so lächerlich. So, jetzt mache ich ernst. Ich habe keine Lust mehr auf die Flexmusik. Bitch! Da liegen sogar noch Köpfe vor mir. So, das war jetzt easy. Oh nein, nicht zwei von denen. Die schießen gleichzeitig. Oh, danke! Danke! Danke schön! Ich nehme die Bälle gerne. Ich stehe auch noch. Ich schaue noch rein ins Loch. Du kannst ja auch nimmst warten. Ich gehe noch durch. Oh! Mein Gehirn sagt, geh! Aber meine Finger sagen, nein! Wenn das wenigstens so pixelmäßig wäre, aber es geht halt leider direkt durch. Deswegen, man kann es nicht abstimmen, wann man geht. Alter! Ach, vielleicht noch nicht so? Fick dich! Du scheiß letzte Armbrust! Was? Ich sollte ihn da unten und dann vielleicht noch so machen, na klar! Ja, komm! Ich bin auch auf diese Drecksidee gekommen, dieses Spiel zu spielen. Was? Fünf? Vier? Drei? Fick dich! Baaah! Fünf, vier, drei, zwei... Ich weiß nicht, ich war doch schon durch! Das Drops war schon gelutscht! Ey, irgendwie bin ich da vorne so perfekt um die Kurve gekommen, bin ich so... Aaaaah! Sechs, fünf, vier... Ich hab dich nicht mal berührt, du Dreckswand! Nicht mal... Nicht mal mit der Haarspitze hab ich dich berührt! Ah, jetzt hiebe ich mich aus! Ich bin hier auf die Idee gekommen, die Steuerung so zu machen, wie sie da ist. Der gehört echt so kurz geohrfeigt! Vor allem, seht ihr das? Wie weit mein Kopf fliegt? So circa ist es... Überall solche Drecksknöpfe, oder was? Ja komm, deine Mutter, du Drecks... Armbrust... Ah, komm! Geht doch woanders im Baseball spülen, du! Wenn man schon den Pfeil im Nacken spürt! Warum schießen die auch gleichzeitig? Ja, die schießen gleichzeitig, in der Mitte! Nein, die schießen doch nicht gleichzeitig! Der eine schießt nicht so... Ja, komm! Was?! Du... 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 Du! Du... Also, ich hab auf jeden Fall herausgefunden, wie ich rüberkomme! So nicht! Und dann stelle ich mich auch noch genau dahin. Ey, die Hitbox ist echt ein Wahnsinn. Die beste Hitbox, die ich jemals gesehen habe. Die beste Hitbox, die es gibt in den Spielen. Jedes Spielstudio sollte sich an ihn wenden, an den Herrn. Und der hat eindeutig die beste Hitbox aller Zeiten. Alter, geht es noch unfairer? Geht es noch unfairer, ha? Ja, komm. Wie soll denn das gehen? Wie soll das funktionieren? Das frage ich mich jetzt. Ich frage mich gerade wirklich, wie soll das funktionieren, dass ich da rüberkomme. Es geht... Wenn er da raufbaut, dann kann ich ja... Ich probier jetzt einfach drauf. Ja, da sollt er... Hier sollt er hin, da runter zu dem Dreck. Das ist doch nicht... Ich halte es doch nicht... Das war doch so... Und warum flieg ich eigentlich in die Luft nach 10 Sekunden? Hat er mir eine Bombe in den Arsch geschoben, oder was? Es geht doch nicht! Ich muss ganz schnell runter gehen. Ab! Durch den Finger! Au! Das war so knapp! Und der Laser kriegt mich trotzdem! Ist doch wunderbar! Ja, ja, ja! Der Laser kriegt mich trotzdem! Wunderbar! 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 Das war so knapp! Wie macht ihr das? Ich wäre ja schnell genug, aber dieser scheiß Laser Da muss man halt richtig, richtig schnell sein, glaube ich Das, was ich bin, ich bin schnell, du bist der Schnellste Du bist der Schnellste, wow, yeah, komm Oh, ein Pfeil ausgewichten, da runter und scheiße Das bringt sich ja nicht, der drückt mich ja dann, am Ende drückt er mich ja sowieso Ich kann auch nicht auf das warten, weil das wird ja immer schneller Warum kommt das eigentlich nicht her und alle anderen von diesen Teilen? So, Konzentration Konzentration Fick dich Warum kann ich nicht einfach einen Panzer bekommen und dann durchfahren? Oder so Ach Wahrscheinlich sind die auch Ich probiere, eine Sache probiere ich noch Wenn ich es hinbekommen würde Bis 400 spiele ich noch Das ist der Trick dabei, ich habe es herausgefunden Ich habe das Rätsel, eigentlich habe ich es ja gelöst Der Trick ist ganz einfach, man stellt die Plattform auf den Laser Und dann rennt man ganz schnell Das ist glaube ich scheiße Das ist glaube ich scheiße Das ist, ich glaube, ah Zwei Leben noch War mobil dann immer noch so? Ja Ja, nein 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 Nein. So. Das war ein Spiel namens den Namen wollt ihr eh nicht wissen. Blood Dungeon ist halt ein Scheißspiel gewesen. Ich hab mal gehört, da gibt's bessere Spiele. Und ja. Aber wenn ihr es trotzdem spielen wollt, dann habt ihr Pech gehabt. Dann müsst ihr euch das wohl selber suchen. Denn bei mir gibt's nichts mehr zu holen. Nein, wenn ihr es selber spielen wollt, der Link steht wieder in der Description. Und ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie weit ihr gekommen seid. Ist vielleicht uninteressant. Aber vielleicht könnt ihr ja damit angeben, hey, ich hab nur, ich hab dahin, wo du aufgegeben hast, da hab ich nur 200 Tode gebraucht. Weil ich schon wusste, wie was funktioniert. Dadurch, dass ich dir zugesehen hab, Arschloch, Noob, so, auf jeden Fall, ähm, das war Indie-Körbchen. Und bis zum nächsten Mal mit einem besseren Spiel, was ich vielleicht kann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.